Also so die Ellenbogen sind schon dabei, es ist halt ein Haifischbecken. Also wer glaubt irgendwie beim Parlament überhaupt die Welt zu verändern, hat sowieso den Schuss glaube ich nicht gehört. Wer dann alles versucht mit reinzureden und seine Schäfchen ins Trockene zu bringen. Die eigene Meinung kann man ohnehin im seltensten Fall durchsetzen. Das ist eine Anregung für alle. Er ist engagiert, kompetent, verlässlich. Ich finde das muss ein Politiker sein. Ich wollte ja reden unbedingt, ja. Unbedingt wollte ich reden. Aber ich wurde jetzt hier einfach irgendwie von den Strategen... Wenn du bereit bist, das zu machen, wirst du alle Unterstützung nicht. Ich decke dich da auch ab gegenüber Werbe und Steinbrühe. Auf den Kandidaten Steffen Wilger empfiehlen 181 Stimmen. Das sind 62,63 Prozent. Fukushima, ein Bundespräsident, der zurücktritt. Minister, die wegen Dissertationen ihren Hut nehmen. Gerade jetzt ist der Moment, wo es eine liberale Partei am allernotwendigsten auch braucht. Ja, mit Leuten... Ist das ein Semin möglich? Ja, mit Nikola. Bist du mit? Ich darf heute bis zwei Uhr nachts durcharbeiten und äh... Ich bin grad äh... Meine Freundin hat heute bei uns auf Geburtstag. Ich hab mich einmal angerufen heute, wenn ich nicht erst wieder gekommen bin. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.